Willkommen in Fechners Universum, der Podcast zur Entfaltung deiner Persönlichkeit, deiner Präsenz und deines Potenzials. Sei der Welt ein Licht. Hallo, ihr lieben Menschen in nah und fern. Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Ecker-Schuschen im Herzen der Menschen Freude bereiten, hier in meinem Podcast-Universum. Ich bin Sven. Schön, dass du wieder eingeschaltet hast. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Ich möchte heute über einen Satz sprechen, der mir schon damals in Hannover ist, der mir über den Weg gelaufen ist, und zwar von einer Kollegin bei den Theaterproben immer. Ich habe dort eine Zeit lang in einer sehr spannenden Theatergruppe, einer freien Theatergruppe gearbeitet, was heißt sehr lange, aber so drei, vier Jahre bestimmt. Und wir haben dort intensive Probenprozesse gehabt und das war auch manchmal schwierig für diejenigen unter euch, die so Probenprozesse kennen im Theater oder auch in kreativen Prozessen. Die wissen, dass sowas manchmal sehr, sehr kompliziert und auch zwischenmenschlich echt heftig werden kann und intensiv werden kann. Und sie hat dann immer so für sich, wenn sie gemerkt hat, sie kommt nicht weiter, hat sie immer so vor sich hin gesagt, anerkennen, was ist. Anerkennen, was ist. Und ich dachte immer so, ja, das ist super, das einfach anerkennen, aber dann passiert ja auch nichts. Also ich war da mit diesem Satz, mit ihrem Mantra, was ihr offensichtlich wirklich sie immer wieder zurück in die Ruhe gebracht hat, konnte ich überhaupt nicht viel anfangen oder war da sehr im Widerstand. Und ja, jetzt habe ich neulich, so oft in der letzten Zeit, mal wieder so einen Satz von einem meiner Inspirierer gelesen und der sagt, Veränderung beginnt von allein, wenn du voll anerkennst, was ist. Da haben wir es wieder, wenn du voll anerkennst, was ist, dann beginnt Veränderung von allein. Der Satz ist von Veit Lindau. Und dann habe ich gedacht, ich habe gerade wieder so eine Zeit, ich habe gerade so ein paar Wochen, wo es jetzt für mich, ich bin ja Freiberufler, als Sprecher, ja, jetzt einmal so ein bisschen dahin plätschert und es ist irgendwie nicht so viel zu tun wie der Rest des Jahres. Und eigentlich ist es wunderbar, weil ich habe einfach viel freie Zeit und kann dem süßen Nichtstun frönen, kann hier meine Projekte weitermachen, kann meine Interviews machen, das ist eigentlich alles prima. Aber trotzdem werde ich so unzufrieden. Da kommt so ein ganz altes Thema hoch, von wegen, ich bin unproduktiv und ich prokrastiniere ja vor mich hin, ich könnte ja, ich müsste ja. Und das sind dann so, wenn ich so zwei, drei Tage keine festen Arbeitstermine habe, kommen diese Stimmen gerne mal so in meinen Hinterkopf gewabert und stressen mich. Ich gebe es ehrlich zu, anstatt diese Zeit und diese Momente, diese freien Tage zu genießen, werde ich so latent ungeduldig, dann fangen irgendwie an meine Synapsen, so Gedankenspiele durchzuspielen. Wenn das jetzt irgendwie monatelang so läuft, dass ich ja eben mal nicht so viel Termine im Studio habe und Panik und also ganz heftig, ganz heftig. Und jetzt ist mir wieder dieser Satz über den Weg gelaufen, anerkennen, was ist. Weil ich bin immer noch auf der Suche nach dem Punkt, wo ich sozusagen mit hier im Moment ganz ankomme, ankommen kann, das genießen kann und eben nicht dauernd irgendwie im Hinterstübchen meines Hirns so Antreiber habe. Und wenn jetzt diese Situation so ist, wie sie gerade ist, eben ich habe viel Zeit und wenn was zu tun ist, dann mache ich das auch gerne und fahre da hin und bin dann auch ganz engagiert, möchte das aber gerne auch genießen können. Und dann habe ich mich daran erinnert, okay, anerkennen, was ist, was heißt denn das eigentlich? Ja, wir wollen ja eigentlich ganz oft, oder ich weiß nicht, wie es euch geht, ich möchte das gar nicht so verallgemeinern, aber mir geht es ganz oft so, wenn ich irgendwas habe, was mich nervt, was mich stresst, wo ich ungeduldig werde, wo ich frustriert bin, weil irgendwas nicht so klappt, wie ich das gerade möchte, dass ich immer dann so an dieses Loslassen denke. Dann heißt es immer, ja, lass einfach alles los, lass los, lass es los und ich denke immer so, ich scheue dir gleich eine, also einfach schon gar nicht und was heißt denn das? Ich kann doch irgendwie, leider habe ich das nicht gelernt, ich weiß nicht, ob ihr das könnt, einfach Gedanken fallen lassen. Also mein Mann zum Beispiel ist jemand, der kann das relativ gut, der kann sich bewusst von einem Gedanken, der ihn stresst, der ihn runterzieht, verabschieden. Ich forsche immer noch, wie das geht, aber vielleicht habe ich jetzt eine kleine Lösung für mich, weil dieses Anerkennen, was ist, bedeutet ja eigentlich, ja, dass wir anfangen, den Moment, unser Leben, so wie es jetzt gerade sich darstellt, aus der Position, aus der Perspektive der hundertprozentigen Selbstverantwortung zu betrachten. Also, grundsätzlich, wir sind immer Schöpfer unseres Lebens. Das, was ich jetzt erlebe, ist die Schöpfung der Ursachen, die ich in der Vergangenheit gesetzt habe, nämlich durch Gedanken, durch Worte, Gedanke, Worte und Taten. Ja, das ist das, was ich jetzt gerade erlebe. Und wenn ich das nicht anerkenne, diese Schöpfung, ja, wir sind ja Schöpfer, wir sind ja immer Schöpfer des Lebens, der Wirkungen, die wir erleben, zumindest ist das meine Erfahrung. Ja, also auch da wieder kein Dogma, jeder kann das ganz anders sehen und sich die Welt auch anders erklären, aber dieses Prinzip von Ursache und Wirkung findet sich überall in der Wissenschaft, in der Quantenphysik vor allen Dingen. Es ist sehr, sehr spannend, also was da für Erkenntnisse rauskommen und das ist für mich einfach gesetzt. Aber wenn ich die ganze Zeit rumnörgle über das, was ich selber geschaffen habe, wo ich selber der Schöpfer, der Kreatur war und bin und wenn ich das schlecht mache oder mich darüber aufrege oder genervt bin oder das einfach ablehne, diese Energie erzeuge, dann gibt es ein, ja, dann gibt es einfach ein energetisches Leck, weil meine eigene Schöpfung abzulehnen bedeutet, dass ich mich als Schöpfer, als mächtigen Schöpfer und Etablierer meiner Lebensumstände verneine. Also von da ist dieses, lass einfach alles los, ist ein schön gemeinter Satz, um vielleicht auch eine unangenehme Situation zwischen zwei Menschen, wo es einem gerade nicht gut geht, zu beenden, aber eigentlich ist es genau das Gegenteil, was sonst in die Freiheit führen würde, nämlich anerkennen. Okay, diese Situation ist jetzt gerade so, ist es jetzt nur Zufall, dass ich gerade weniger zu tun habe, weil ich kenne ja solche Zeiten auch schon aus den letzten Jahren, dass es immer mal so zwei, drei Wochen gab, wo man wirklich das Gefühl hatte, haben jetzt alle Studios zugemacht oder nicht? Und dann passiert wieder ganz viel, also erstmal habe ich da irgendwas zu beigetragen, dass mich keiner mehr buchen will. Das wäre ja eine Frage, das wäre anerkennen, was ist, sich das genau angucken und dann Ursachenforschung betreiben, um dann im Hier und Jetzt, so gut ich kann, diese Ursachen zu verändern, damit ich nächste, übernächste Woche, vielleicht nächsten Monat einfach wieder eine andere Situation erlebe. Ja, das finde ich sehr spannend. Und also vor allen Dingen auch diese Strenge, sich selbst gegenüber loszuwerden, anerkennen, was ist. Also, ich habe hier ein anderes Zitat gefunden, wenn du eine gute Zeit auf diesem Planeten haben willst, finde dich damit ab. Menschen sind nicht vollkommen. Sie sind oft ignorant, sie verletzen einander, sie belügen einander aus Angst, sie übersehen die Bedürfnisse des anderen aus Ignoranz, sie greifen an, wenn sie sich bedroht fühlen, sie reden Blödsinn aus Unsicherheit heraus. Solange Menschen leben, begehen sie Fehler. Es gibt nur einen Weg, dies zu akzeptieren und dennoch jede Menge Freude zu haben. Wähle Verzeihen als deinen Lebensstil. Ja, und dieses Verzeihen, das finde ich wirklich spannend, dass wir verzeihen in dem Moment, wo wir anerkennen, okay, ich selber habe da richtig Scheiße gebaut oder ich habe da blöde Ursachen gesetzt und ich übernehme jetzt die Verantwortung. Ich ändere mich. Ja, ich ändere mich ist auch so eine grundlegende Einstellung, die man sich als Buddhist einfach aneignet, weil alles andere macht keinen Sinn. Ich kann nicht darauf warten, wenn mein Kollege, mein Mann, irgendjemand, dem ich begegne, mich gerade blöd anmacht oder schlecht drauf ist oder einen Fehler macht oder weil er eben nicht besser kann, wie ich gerade zitiert habe. Einfach so ist, wie er ist. Ich kann, wenn ich es annehme und akzeptiere, dass wir alle menschlich sind, dass wir alle auch fehlerhaft sind und dass das zum Leben dazugehört, dann kommt plötzlich so eine Milde in das System. Ja, wenn man das mal richtig durchdenkt, weil es ist so, das, was ein Mensch oder auch ein Team tut, ist immer die derzeit bestmögliche Antwort des inneren Systems auf die äußeren Umstände. Ja? Nochmal, das, was ein Mensch oder auch eine Gruppe von Menschen tut, entweder ich oder Menschen, mit denen ich zu tun habe, das ist die derzeit bestmögliche Antwort seines inneren Systems oder ihres inneren Systems auf die äußeren Umstände. Wo könnte denn dieser Gedanke für mehr Verfrieden und auch mehr Verständnis in unseren Beziehungen sorgen? Wo könnte er dich oder auch andere von Schuld und Vorwurf befreien und so auch den Blick für eine neugierige und vor allem mitfühlende Kooperation öffnen? Weil dann ist plötzlich wieder Mitgefühl möglich für eine Situation, für, ja, Mitgefühl sich selbst gegenüber, aber eben vor allen Dingen auch anderen Menschen gegenüber, dass man annimmt, annehmen, was ist, wie meine Kollegin damals in Hannover während der Proben immer wieder vor sich hin geflüstert hat, weil es einfach keine andere Möglichkeit gab, mit teilweise wirklich sehr interpsychischen, wirklich Dissonanzen umzugehen. Das war wirklich heftig. Und sie kam da immer ganz gut durch. Ich habe mich wahnsinnig aufgeregt, tagelang, stundenlang, wollte die Proben abbrechen, wollte aus dem Projekt aussteigen und so. Also bin ich halt einfach so ein Typ für, dass ich immer gerne in dieses, in dieses, ja eben nicht anerkennen, was gerade da ist, gehe. Und dann versuche ich loszulassen und das geht überhaupt nicht. Also, ich hoffe, es ist klar geworden, was ich mit euch hier heute teilen wollte. Nämlich dann kann man sich wieder diesen Satz sagen, wenn man anerkennt, was gerade da ist und da die Verantwortung für übernimmt, dann kommt dieses Mitgefühl für sich selber, diese Nachsichtigkeit, auch diese Liebe wieder, auch dem Menschen gegenüber. Und dann kann irgendwann dieser Moment eintreten, wo man sagt, okay, Frieden heißt, es darf gewesen sein, was ja einer meiner Lieblingssätze und Glaubenssätze ist. Frieden heißt, auch das darf gewesen sein, so wie die Situation war, auch mit den Verletzungen. Und vielleicht jetzt zum Schluss so ein paar Fragen an dich oder an euch, mit welchen Menschen fühlst du dich nicht in Frieden? Ja, und was könntest du da vielleicht anerkennen, was einfach da ist, was einfach, ja, gar nicht geändert werden muss, um wieder in den Frieden miteinander zu kommen? Ja, weitere Frage, möchtest du in diesen Beziehungen oder dir selber gegenüber dir nicht mal verzeihen oder auch den anderen Menschen? Oder gibt es vor dem echten Verzeihen noch etwas, was von dir gefühlt verstanden oder auch kommuniziert werden muss? Und immer diese Frage, was kann ich aktiv tun, um den Prozess dieses Anerkennens und dann auch dieses nachsichtige Verzeihen und dieser Vergebung dann einzuleiten? Ja, in diesem Sinne, ich hoffe, ich konnte euch ein bisschen inspirieren mit diesem Gedanken. Ich finde es gerade sehr, sehr spannend, anstatt in dieses Loslassen, in dieses Anerkennen, was ist. Ja, also wie gesagt, nochmal dieses Zitat von Veit Linder. Wenn du mit den Umständen in deinem Leben nicht zufrieden bist, dann musst du es von, na, aus der hundertprozentigen Perspektive der Selbstverantwortung ausbetrachten. Also, nicht ganz wörtlich jetzt wiedergegeben, aber das finde ich so spannend. Also, da gibt es keine andere Möglichkeit. Andere sind für unser Glück leider nicht verantwortlich. Das kann ich immer nur selber machen. Und der erste Schritt ist, anerkennen, was ist. Zumindest in meiner Welt, hier in meinem Universum. Ich danke euch, dass ihr wieder zugeschaltet habt und dass ihr zugehört habt. Wenn euch dieser Podcast gefällt, auch die Interviews oder das, was ich mit dem Roman mache, unser Nachgedacht, unsere Reihe, sagt es gerne weiter. Abonniert mich, abonniert uns und ja, bis zum nächsten Mal hier in Ickerschuschien in Fechners Universum. Ciao. Sei der Welt ein Licht. Abonniert mich, abonniert uns und ja, bis zum nächsten Mal hier in Ickerschön.